Einen wunderschönen guten Morgen. Wir müssen über Stage Manager sprechen. Bis zur Public Beta, da habe ich Disziplin bewiesen und mich zurückgehalten. Aber jetzt müssen so ein paar Gedanken raus als Video, weil man es besser zeigt, als nur darüber schreibt. Aber es sollte klar sein, dass das noch gar nicht fertig ist. Und ich spreche hier nicht nur von Bugs, ich wette sogar, dass Apple über die initiale Version von iPadOS 16.0 hier hinaus noch Funktionalität ändert. Deshalb verstehen wir doch diesen ersten Blick aufs neue Multitasking als eine Art Einstieg ins Thema.